so warte mal sammlungen naja von mir aus interessiert mich relativ wenig herausforderungen belohnungen wo haben wir denn belohnungen nebenbeziehungsaufträge ab 18 0 von 32 was zum geier gut gucken wir mal ob wir hier bei der ausrüstung was gutes kriegen das war ja ist ja witz hat sich nicht gelohnt gut ich würde aber gerne mit sebastian weiter sprechen da muss ich wahrscheinlich wieder zurück nach hogwarts hogwarts schläger was ist das hier das einzigartige einhorn machen wir ein andermal ich will jetzt erst mal gucken wo ich diesen sebastian finde holy shit das ist eine reise ort der alten magie weg und festlegen machen wir doch mal da haben wir ja eine gute reise vor uns hallo ich will darüber hallo homora ja ach so ja sollte vielleicht mal gucken dass ich in der mitte noch ich hab die ganze zeit auf das grüne guckt wenn ich das rote gedreht habe was haben wir denn hier ein demi-geist ich hab keine ahnung was ein demi-geist ist ich hab keine ahnung was das ist demi-geist von mir aus aber sagt mir jetzt nix oh so ein 3d bild ne so was so in was so was so eingraviert ist ist schon geil demmi-geist ja und wie kriege ich das jetzt mit demmi-geist ja und wie kriege ich das jetzt mit demmi-geist 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 der intermitte transformation 58 das hat alles nicht geholfen das auch nicht oder da kacke keine ahnung ich weiß es nicht gut ist ja auch egal ich bin ja nicht dafür hier ich will erst mal hier hier lang aber wie hatte ich denn das jetzt das hatte ich so okay ich habe keine ich probiere es mal mit feuer ich glaube dass das einzige was schon nicht probiert habe ich brauche jetzt nicht unbedingt ist reizt mich jetzt auch nicht aber ich will es zumindest mal probiert haben um gewissheit zu haben gut dann nicht gut und trifft dich an der küste mit ein schloss das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein so und jetzt wie komme ich da ohne sieht interessant aus das muss wahrscheinlich ins Feuer. Ich habe da so eine Idee. Das war's. Das war's. Oh komm, das ist schwach. Na gut. Vielleicht hat das ja was bewirkt. Man weiß es ja nicht. Ich bin hier raus. Weil da oben, das ist ja auch irgendwie... Ich meine, ich könnte jetzt... Spitzendecken. Na, okay. Dass es so verdreht ist. Was ist da jetzt explodiert? Ja, mach ich's halt so. Oh. 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 Wait a minute. Okay, das hat mich von da nach da oben geführt. Okay. Und dann hier hin. Es muss ja irgendwo weiter gehen. Ansonsten macht es ja alles keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Und dann hier hin. Ja, hallo. Warum sieht das so aus, als hätte ich irgendwas entdeckt? Ich komme schon wieder nicht vorwärts, weil so ein Rätsel mal wieder nichts bedeutet. Kommt, bring los! Ja, das bringt halt alles nichts. Das bringt halt alles nichts. Na gut, okay. Das haben wir, aber was es mit der alten Magie auf sich hat, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Weil wenn ich das jetzt nicht verfolge, dann werde ich das niemals kriegen, weil ich kann es ja nicht resetten. So, da war das nächste. Das habe ich gesammelt. Oder ist das ein, wenn das ein Bug ist. Ich schwöre es dir, die haben das Spiel. Dann haben sie das Spiel extrem verkackt. Ich höre es doch. Lumos, Revevio. Oh, komm schon. Ja, speichert. Und jetzt? Nichts. Nach. Ort alter Magie. Ein kleiner Bereich mit anschwellender alter Magie. Das bringt mir jetzt was. Ein Galeidoskop aus Schmetterling, dem du folgen kannst. Alte Magie. Schatzgewölbe. Verleck mich doch. Habe ja auch keinen Bock mehr drauf. Bei aller Liebe, aber das muss nicht sein. Oh. Na ja, erst mal eins nach dem anderen. Na, ich folge erst mal ein bisschen den offiziellen Wegen. Ich habe keine Ahnung, wo der Gute so schnell hin will, aber ich bin schneller. Schatzgewölbe. Oh. Ups. Yo. Yo. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Und weiter. Blüte, also alles das gleiche. Trifft dich eine Küsse mit Sebastian? Werde ich da hingehen müssen? Ich habe keine Ahnung, von mir aus. Na gut, dann hat sich das mit dem Wegpunkt... Dann hat sich das mit dem Wegpunkt erledigt. Warum war jetzt so eine leichte Kampfmusik zu hören? Im Haus? Ich frage nur ungern, aber... Könnten Sie mir helfen? Was ist... Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Ja. Stimmt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier, nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Renrocks Leute besiegen mich nicht. Und ich muss Ihnen danken. Bitte, nehmen Sie dieses Geschenk. Okay. Interessant. Gut. Flohpulver hat's. Also hier habe ich jetzt freigeschaltet. Das ist gut. So. Was haben wir da noch hier? Sumpf. Flatterbau. Schatzgewölbe. Lila Kröte. Inferi-Versteck. Einfach geradeaus. Duelleistung. Wirf eine Sumpfknappe während er wartet, um den Schleichangriff zu nutzen. Oh, komm. Das interessiert mich nicht. Ja, der Sumpf ist eklig. Ich mag den Sumpf nicht. Vor allem nicht bei Nacht. Ich kann hier nicht absteigen. Was zum Geier. Warum ist da denn so ein Flohpulver-Ding? Ich kann hier nicht absteigen. Ne, die Junge. Komm, Trinkum. Komm, Trinkum. Irgendwo. Entweder bleibst du jetzt da oben und du fällst runter. Eins von beiden. Aber beides geht nicht. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ah, doch, ich weiß. Wahrscheinlich komm ich ja von außen lang. Na gut, dann geh ich mal den offiziellen Weg. Da leuchtet etwas. Oh. Du Lümmel. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Äh, klebt das nicht hier an meinen Händen? Aber okay. Das wiederfrag ich jetzt mal nicht. Redelio. Ach so, so ein Astro-Dingsbums. Ich hab keine Ahnung, was das alles bringt. Warte. Warum schickt mich das hier lang? Das hat mich doch nach da drüben geschickt. Hä? Hä? Muss ich nicht hier lang? Die Wegfindung ist manchmal gefühlt, selbst, weil sie selbst nicht so was sie will. Oh, fuck. Wo ist denn das jetzt hingeflattert? Weg. Weg. Das ist gefährlich, dass das funktioniert. Boah, ich muss es ja halten. Ach hier. Ingardium Liviosa. Na gut. Dann bringen wir mal das dahin. Ich hab nur keine Ahnung, ob ich bereit dafür bin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle Zauber hab, die ich brauch. Oh. Aha. Okay. Interessant. Wieder so ein Ding. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mit Sebastian hin muss. Um ehrlich zu sein. Das ist doch keine normale Grabstätte, um eine Sache zu finden. Zu dem da oben noch Flohpulver ist. Naja, vielleicht habe ich ja Glück und es ist wirklich nur... So, ich muss nochmal gucken jetzt gerade, wie lange wir jetzt gezockt haben. Weil da ist ja unter der Woche, das kann ich nicht so lange. Oder will ich auch nicht so lange. Ja komm, so Sebastian schaffen wir es noch. Was zum Geier. Also ich sehe, jetzt führt er mich hier oben lang. Den nicht offiziellen Weg. Finde ich gut, dass das klappt. Das klappt ja wunderbar. Revely. Ja, schickt mich die Wegform nur dahin, wo ich noch gar nicht lang soll. Ich traue diesem Ding nicht. Ich habe das Gefühl, dass es zu verbuggt. Schicksal. Die Winde. Flachstück. Flachstück. Schicksal. Oh Au So eine kleine Ratte Ja natürlich Ich hab ein ganz komisches Gefühl Ich habe ein Charakter Ja WALK 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 Kursio, Klasio, Defendo! Klausio, Defendo! Klausio, Defendo! Ach, alles gut, Jums. Ich. Kleine Drecksau. Halt's mal, oh Lappen. Ich will doch einfach nur hier durch. Weird. Ich hab das Gefühl, hier soll ich noch gar nicht durch. Ich verdiene besseres als hier. Cool. Ich werde deinen Tod rächen. So, so. Immer. Ich weiß nur nicht, ob ich hier lang soll. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Aber okay. Au. Also Sebastian will ich jetzt noch erreichen, bevor wir jetzt hier großartig weitermachen. Obwohl ich ja echt schon Bock hätte. Aber es ist auch relativ spät. Ich will nicht zu lang machen. Erstmal weg mit den Viechern. Oh, komm schon. Da kommst du nicht davon. Was mache ich hier? Also ich habe das Gefühl, dass ich hier noch hin muss, aber nicht hin soll. Das sieht so ziemlich nach finalem Endspiel aus. Warum die mich hier durchführen, ist fragwürdig. Das ist toll. Das zünder, ja. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt davon? Es wäre schön zu wissen, dass ich, wenn ich genug hätte... Boah, komm schon, wirklich. So, der nächste. Au! Das macht gut Damage. Ich mag das nicht, wie der hier drauf ist. So, hier kann ich wieder irgendwelchen Schmetterlingen folgen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Auf, Schmetterlinge. Fühlt mich mal irgendwo hin. Hier muss ich bestimmt... viel Fackeln und so anzünden. Was soll denn das? Na ja, gucken wir mal. Wird das heute ein bisschen... länger, ist ja kein Problem. Auf, Schmetter, wie der hier... Nein, warum wir nicht? Ja, ich bin... né, ich bin... So, ich muss erst mal gucken, wo diese Fackeln... Oh, ne, ich hasse diese Fackeln. Ich hasse es, wenn die auf... Wenn die auf Zeit sind. Da ist noch ne Fackel. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich das so machen. Okay. Okay, go. Reden. Komm, Pingo! Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Super. Naja, wir hatten schon ein bisschen zu strudeln, aber okay. Laufen wir einfach mal weiter, da ist noch so ein Kacklappen. Das ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Das war doch ziemlich weit, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und nun? Was bringt das mit den Steinfindlingen? Na, oder oben sind noch böse Tiere. Woh. Kacklingel! 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 Das sieht auch irgendwie böse aus. Ich dachte, ich wäre relativ weit, weil er bei der Playstation 80% stand. Aber ich habe das Gefühl, das ist nur das aktuelle Aufgabenfortschritt. Das gefällt mir gar nicht. Alohomora! Ah, fast gleich. Wo muss ich das mitnehmen? Wohin kommt das Ding? Wo komme ich? Da. Ja, das passt schon. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich das nicht komplett gefunden habe. Was es hier noch mehr gibt. Komm, Trink! Ich habe das Gefühl, die Wegfindung ist komplett im Arsch. Das war gar nicht so schwer. Einfach runter und raus. Muss ich jetzt da rüber? Ja, dann kann ich doch auch... Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Gucke ich mal. Wo ist denn hier noch was kaputt? Das ist ganz Knuddelmuff von mir aus. Aber... Das kann doch nicht alles gewesen sein. Revelyon! Irgendwie... Irgendwie... Das muss doch hier irgendwie rein. Da gibt es bestimmt noch hier unten irgendwas. Revelyon! Ja, siehst nix. Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Ah, hier schon wieder. Hey, Boys! Lassio! Lassio! Komm, Trink! Oh! Ah! Ah! Mal! Mal! SiCo! Levelyon! Lassio! Komm, Trink! Oh! Nein, da ist einfach. Haha. Ich will doch hier, Hier. Oh! 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 Ohio! so noch was nämlich alles mit der lachen fokus der alten magie ist vielleicht gar nicht schlecht das bringt mir jetzt was naja von mir aus ok offiziell der weg führt mich hierhin ich könnte natürlich jetzt auch den weg abkürzen ich glaube wir haben schon ein bisschen überlänge ich hoffe das hat man nicht gehört falls ja tut es mir leid nein tut es mir ich bin alleine hier das war mein charakter der hat im spiel gepupst das wäre nicht eine gute Mahlzeit hat euch alle in den untergang geführt naja jetzt wollen wir nicht so rum triff dich an der küssen ganz komisches gefühl habe ich das gefühl dass hier so viele gegner sind dass das endgame gebiet ist und ich hier vielleicht noch nicht sein soll man kann mich vielleicht paranoid nennen aber ich habe hier ein ganz komisches gefühl ich werde jetzt hier erstmal manuell speichern so nur für den fall einstellungen spiele speichern gut macht's gut war schön haut rein tschüss